Verdammt noch mal, entweder Sie verhaften mich wegen Mordverdachts oder Sie lassen mich gehen. Setzen Sie sich! Mein Farski stört sich doch nicht, oder? Ach was, der hat vor gar nichts Angst. Das ist ein harter Junge. Was ist, immer noch keine Angst? Nein, du bist kalt wie eine Leiche, Jippie, ha? Tja, Jungs, wie kann man dem Kleinen noch ein bisschen Angst machen? Die Fraze. Oh Mann, die Fraze. Du kannst das machen, Lauf. Ach, das ist doch Kinderkram, Mann. Echt, Tuas. Unser Leben ist ganz schön öde, wenn wir sowas machen. Das hat auch nicht hingehauen, Winnie. Er hat immer noch keine Angst. Ich warte, wie du Drecksack, hä? Nein, ich bin... Zeit, die Laufbahn zu beenden. Unser Leben ist ganz schön. Vielen Dank.